auch rechts und und so feige um um Jodi er kommt hier hoch hier umkommen mit Freitag hier ist ein Lager Warte aber noch komm hier hoch da ist ein Lager kommen erst mal hier hoch was er für die hier platt machen ich bin ich bin Mann auf jeden den ich ziele der wird von meinen beiden getötet wird wollen der Scheiß hinten was ich helfe mir Ich hab ne... Ah, schlechte Pistel. Aua! Wow! Ja, das ist noch nicht Lager. Das meinte ich gar nicht, aber... Ich muss nur noch zumauern. Wow! Ich kann ja nicht aufbleiben, oder? Oh, warte! Oh, warte! Ja, wird Zeit für Falki. Gut so, Falki. Falki ist gut! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Warte, warte, da hinten gibt's ne Waffengiste? Ich guck mal, ob's hier hinten noch was gibt. Alter, hier ist was! Explosionsgranaten. Oh, ja, hier gibt's ne Menge Feinde. Okay, dann komm her, hier liegen noch an Polen. Warte, wir kommen ein paar Leute an. Warte, mir kommt ein paar Leute an. Das musst du dir immer mitnehmen. Okay, das hilft. Oh! Oh! So, mit schieben die denn auf dich mit Pisser? Oh! Das ist einfach so gut für mich. Oh, mal dringend den Schopp, ey! No, no, no! ja guter Junge ich hab ihn von hier in Headshot verpasst warum ich das gemacht hab aber warum der Falke kein Licht spendet ne das ist nicht bei Munitionsgeherde wollen wir noch dahinten gehen oder die Platten vielleicht haben wir noch Moni bin dabei da hinten war auch noch ein Tag erlegen da waren wir auch Waffen Munitionsküften wir müssen sowieso da lang ja lass erstmal in die andere Richtung was ist das hier ne Waffe oh mein Inventor ist auch voll da hab ich schon ein paar getötet da jetzt brauche ich kein Arzt als ruhig kann hier war glaube ich irgendwo eine Waffenküfte weil die Gäste aber ich glaube von aber sicherheit zuerst naja egal in der Ecke hier würde ich eigentlich sagen die Gäste na komm lass weiter da oben waren wir ja da sind wir lass über die Schienen lass über die Schienen lass über die Schienen die Gäste das ist ja so was von rutschlich gerade so ein Gegner lauf mir ja ran in den Triften äh äh ich will meinen Falken schicken da hat er gesagt Hello Wien ist da auch das hat so die gefälligte da hinten ist ein Killerbandit da Auer Nein mein Schild ist ausgegangen und genau dann bin ich runtergesprungen dieses Geld holen Auer Auerung hallo Mann ich geh jetzt runter Au Au mein Schild ist aus Auerung 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 der Alba an den Tod Auerung er hat auch nicht zu gut und auch tausend Auerung die untere Waffe mussten bemitglied doch ich habe noch eine schlechte Waffe die Partei weg Nein ich hab ich pack die ich pack die 1 Moni Guck mal die Waffen die Schleswaffen die da draufliegen äh was kommen wir an die anderen nicht mehr ran was weiter Na die andere ist schlecht die bringt noch 400 Hilfe ich hab den Vorstuhl angemacht wieso komm hier ist ein Vorstuhl da müssen wir auch laden und hoch ja geil laden ja hier müssen wir lang bei mir wird ein bisschen dauern weil ich hab so viel mit durch den Wohnsteller verkauft Scheiße kannst du zurückkaufen das ist der dritte Tab ich weiß ich geh noch mal runter zur Waffenkiste ne ich hab ich hab noch ein Granatenwort was denn das ist ein richtiger Arzt wenn er meine Apparatemisch einig zahll hat ja wenn er denn endlich noch was machen würde geht um explosiver baumt wie betty kann ich verkaufen oder ich gebe den tipp hat irgendwann mal denkt in so eine spielte granaten sei jetzt mal zu haben dann Prozent der FD in die Luft also so dass du ihn kurz vorm Boden explodieren warte das hat einen starken Schild, den du schwächen musst, bevor du es verletzen kannst passt alles nachladen alles klar, alles nachladen das nachladen und das nach warte, das ist doch schon nachgeladen das ist auch nachgeladen entweder, entweder oder sind beides die gleichen Tür geh du links nach toll, da treffen wir uns in der Mitte wieder, guck hi warte, pass auf der ist hier irgendwo der ist ein weiter, da ist noch eine Tür guck Fahrstuhl fach oh oh nein 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 nein, nicht der verdammte oh nein fach fach der kannst fetch nicht angreifen, mein Falke die werden von der Seite angegriffen, kannst nicht we irbelinnen Wo ist er denn? Da! So, Granate in Slip schreien! Ich klebe ihn mal mit den Granaten rein! Ich bin schon der Tod! Ich hab's nicht hier beleben! Ich bin schon der Tod! Oh nein! Eigentlich hätte ich nicht respawnen! Oh nein! Ich bin wieder draußen! Ich auch! Gehörst! Hey, guck mal was es gibt! Hier gibt's ein Class-Mod für die Sirene! Was macht denn der? Das ist ein Class-Mod! Was macht denn der ein Class-Mod? Ja, gib mal einen Bonus! Ja, toll! Ich will auch einen! Gibt's keinen für uns beide! Denn lass rein! Aber diesmal lass uns hinter der Wand verstecken! Ich kann nämlich meinen Falken nur auf die kleineren Viecher schicken, weißt? Ja, warte noch! Ich muss nix noch nicht holen! Na, ich geh schon mal zu der Darlang-Tür! Dein Tod ist nah! Ey, der ist noch aggro auf uns! Dann hat er vielleicht sein Leben noch nicht verloren! Hoffen wir! Oh, der steht hier! Oh! 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 machen doch auch da ich habe mich an man schießt die er hat er vorliegt dort wird getötet dort ein Schild getötet aber ich wollte gerade eigentlich meinen Falken rufen aber auch machen da ist nicht er ist da hinten und er hat wenig Leben greift ankommen kann gleich neue Stärke die Sekunde später nein nein komm schnell rein warte 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 nicht 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 nein jetzt bin ich tot verdammt der nächsten Söder Tod die Shotgun nehme ich die Zielgenauigkeit 0 ja ich weiß ich nehme sie nur weil ich sie tragen kann abgeschlossene Herausforderung kein wirklich geselliger Typ ein Schild 118 er braucht nicht nehmen ihn aber mit um wir können sich noch mehr Problem also gell ich habe das alte Fakt wir haben wir haben die Quest fertig ich sag dir ja die Kammer existiert in dieser Zeit und an diesem Ort was du in den Händen hältst ist der Schließen zur Kammer somit ist ein Teil davon das sind noch zu denken wo? wie geht es? komm hier hinten geh mal rechts lang da hinter mir da gibt es auch noch irgendwas ja wo bist du? hier spricht der Mann der Stil von der Atlas Corporation verdammt verdammt komm mal mit hier hinten ist noch was auf Pandora und ihre Suche nach der Kammer informiert und darüber dass sie umgehend begonnen haben die Einheimischen zu töten dieser Plan wenn ich wissen würde wie ich zu dir hinkomme ja komm mal woher lang besitzt ein solcher Artefakt zieht hohe Strafe nach sich ich fordere sie auf sich am nächsten Land Außenposten zu stellen und alle etwaigen Informationen oder Artefakte zu übergeben da bin ich dir da was? da bin ich dir da da bin ich da Sonst wären wir jetzt immer noch da was ist das eigentlich für eine Bombe hier? äh wir rennen in die falsche Richtung ja wir müssen da erst runter äh wir werden beschossen